Hallo ihr kleinen Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum neuen Horrorprojekt auf meinem Kanal. Wir spielen Dying Reborn. Äh, ja, ich kann euch nicht wirklich viel über das Spiel sagen, weil ich über dieses Spiel gar nichts kenne. Das heißt, es wird, äh, blind. Und, äh, ja, es sieht auch schon sehr geil aus, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir halten uns nicht lange auf, wir gucken jetzt einfach mal rein. Oh. Das Spiel ist auf Englisch. New Game, Load Game, Select Level. Okay, dann machen wir erstmal Setting. Brightness, oh, ist doch gut. Kamera Sensitive. Okay, ich hätte gern vielleicht noch Audio oder so gehabt. Aber, ja, es, naja, gut. New Game. Ja. Oh, dieses Ding, Ding. Das wird doch wieder, da schreie ich mich doch wieder kaputt. Da schreie ich mich doch wieder kaputt. Kaputt. Aber die Musik ist echt gut grad. Schauen wir auch mal, wie lange wir die Parts machen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist. Wie gesagt, ich weiß gar nichts drüber. Section 1, Awakening Time. Start. Zelt zum Aufwachen. War einmal ein Touristenstadt. Die Tage der Vergangenheit kann man nur noch an den Dekorationen der Touristenattraktionen auf den Straßen sehen. Die schnellen Fußschritte, äh, die schnellen Schritte eines uneingeladenen Gastes, äh, durchbrechen die Ruhe auf der Straße. Er schaute vorsichtig auf die Karte. Get up. Okay, wir stehen auf. Wir stehen auf. Hallo. Oh, mein Kopf. Was für Kopfschmerzen. Oh, er ging grad. What the hell is that? Was the hell is that? Es riecht wohl. Ich glaub, ich werde krank. Shirley? Shirley is in danger. Okay. I have to find her now. Äh. Welcome to Harbortown. Okay, Shirley is in Gefahr. Und wir müssen sie retten. Wir gucken uns jetzt erstmal um. Ein Shirt und ein paar Hosen, die auf die Erde geworfen wurden. Wem gehören sie? Okay. Okay, hier sind nur ein paar Rollen, äh, Staubchenpapiers. Achso, okay. Das sagt er überall. Ah! Alles klar. Ich wollte ja gar nicht raus. Okay, also die, die Stangen werden zusammengehalten von einer dicken Kette. Es wird unmöglich sein, sie ohne Werkzeug zu öffnen. Kuss ist so alt, dass ich die Buchstaben nur vage erkennen kann. Okay. Okay. Das sieht aber schon mal sehr schick aus. Oh, hier ist nichts. Wir gucken erstmal in den Schrank. Hier ist auch nichts. Was die Centriffts von The Drawers ist? Achso, hier kommt irgendwie ein Geruch raus. Da muss jemand etwas für lange Zeit drin vergessen haben. Okay. Wollen wir mal dem Kabel hinterher? Hier ist ein Decker. Oh. 2005. Oh! Strange, it's fixable. Oh! Hier ist eine Schraube. Hier ist bestimmt was drin. Okay. Wir brauchen ein Werkzeug. Wir brauchen ein Werkzeug, um den Wecker aufzukriegen. Hier im Eimer ist nichts. Hier ist abgestandenes Wasser drin, was komisch riecht. Okay, die Kerze können wir nicht. Hier ist eine Tür. Oh, ich möchte noch gar keine... Ein abstraktes Bild. Die Hand kommt mir aber bekannt vor, auf eine seltsame Art und Weise. Okay. Hier ist ein Kabel. Hier, das Kabel vom Fernseher. Nee, vom... Doch, das geht hier runter. Aber er sagt nichts zum Kabel. Er sagt nur, the drain is full of healthy water. Da ist dreckiges Wasser drin. Okay. Kann ich das... Äh! Ja, open! Oh Gott. Check in die... Oh! What's that noise? Je piet's? An alarm clock? How do I turn this stupid thing off? This help is irritating. Okay, wir müssen jetzt den... den Wecker ausstellen. Dafür brauchen wir aber das Ding... Äh, ein Werkzeug. Hier ist ein Eimer. Eimer? Ach so, das ist ein Mülleimer. Okay. Äh... War ich das grad? 14 Notes Melody. 14 Not... Melo... Die... Was? Okay. Äh... Es ist... Äh... Schwierig zu sehen, was das ist. Okay. Ich kann ja mal... Ich kann ja mal klimpern. Okay. Okay. Gut. Probieren können wir es ja mal. Äh... Hier ist... Okay, also hier ist was abgefallen und zeigt die, äh... Die Steine darunter. Draußen ist scheiß Wetter. Okay, hier sind nur... Bilder drin, die ihm bekannt vorkommen. Aber nicht... Nichts wirklich... Äh... Woran er sich erinnern kann. Okay. Gut. Ich möchte hier gar nicht rausgucken, weil ich Angst vor dem Jumpscare habe. Können wir an dem Fernseher was machen? Vielleicht das Kabel irgendwie rausziehen oder so. Nö. Das ist ein Regenschirm. Okay. Äh... Der Regenschirm ist aber kaputt und der kann den Regen nicht mehr halten. Der hat überall, äh... Überall... Löcher. So, jetzt habe ich den... Wie, wie... Mache ich denn das wieder weg? Return? Return? L1? Ist der Regenschirm? Regenschirm, wartet mal. Vielleicht kann ich hiermit irgendwie... No effect. Okay. Hier. This was prepared a special. Eine andere Krise in Harbortown. Tourismus... Äh... Äh... Moment, ich lese kurz. Ich darf's euch dann. Oh, wir passen. Ich lese mal. Oh, Turkin. Okay. Es gab eine andere... Äh, eine Krise in Harbortown und... Ach, eine Wirtschaftskrise. Und ein Tourist wurde vermisst. Die 13. Person diesen Jahres. Okay. Also hier wurden Leute vermisst. Okay, was ist das? Dieses Foto ist so alt. Man kann nicht wirklich erkennen, wer drauf ist. Aber man kann nur sagen, das ist ein Mann und eine Frau. Ihm kommt das Foto wieder bekannt vor. Ja. Eine normale Schreibtischlampe. Es ist... Es ist... Äh... Sie ist eingesteckt, aber sie geht nicht an. Weil wahrscheinlich der Strom nicht an ist. A noise in the bottle. Ey, wartet mal. Da ist irgendwas drin. Achso. Moment. Oh. Cool. The coin. Ja. Nimm sie doch. Geht das nicht? Ja, hier ist wieder nichts. Entschuldigung. Ah, das geht nicht. Wir brauchen was. Oh, vielleicht mit dem... Ähm... Mit dem Dings. Mit dem Regenschirm. No effect. Okay. Ja, hier ist nichts drin. Wie kriege ich denn jetzt bitte die Münze hier hinten vor? The coin. Probieren wir das nochmal mit dem Dings? Ja, da werden wir auch mit unseren kurzen Ärmchen nicht ran gekommen, ne? Das ist natürlich... Das ist natürlich... Okay. Gut. Dann haben wir das erstmal. Was? Was war das? Ähm... Rotate. The glowing copper. Ach, ne... Äh... Ne Kupfermünze. Damit probiere ich jetzt, das Ding hier aufzuschrauben. Nein. So. No effect. Okay. Äh... Dann muss ich wohl doch schon mal an die Tür. Great. Here is a door. I need to get out of here. Damn. It's locked. There should be a key. Aaaaaaahhh... My head. What's with these headaches? Huh? Oh, God. Something fell. A poster. A poster. Where the hell am I? I've got to get out of here. Oh, fuck. Okay, jetzt ist das Poster runtergefallen hier. Was? Do not waste even one... Minute. Verschwende nicht mal eine Minute. It's so ironic. Minute. Wartet... Wartet mal. Kann ich das hier denn... No effect. Ich will das hier runter haben. Ich möchte das hier runter haben eigentlich. Minute. Das sagt doch... Wartet mal. Er sieht da immer noch die Dings hängen, obwohl er da gar nicht mehr hängt. Warte mal. Minute ist doch... 45. Das würde ich jetzt sagen. Aber was ist das hier? It's difficult to see what it is. Also es ist schwierig zu sehen, was da ist. Oh, hier ist noch... Hier ist... Hier kommt was raus. Was möchte mir dieses Bild sagen? Es sieht aus wie viele Regenschirme im Regen. Okay, also die Bedeutung ist uns auch nicht klar. Hier kommt Käfer unter dem Bett. Kann ich mich hinhocken irgendwie? Oh, sorry. Entschuldigung. Okay. Also das Poster kam hier runter. Verschwenden. Oh, der Kopf von dem Schraubendreher. Wenn ich jetzt das Ding da... Den Griff dazu finde, können wir den nehmen. Positiv. Aber wo ist der Griff drin? Das ist jetzt hier die Frage. Wo ist der Griff drin? Der Griff vom Schraubendreher. Okay, das ist ein komisches Fenster mit verdrehten Eisenstäben und Schlössern. Er möchte hier keine Minute länger sein. Okay, was ist das? Okay. Okay, also das ist die Charakter auf dem... Auf dem Bild sehen so absurd aus. 14 Noten ergeben eine Melodie. Aber wo finde ich jetzt den Screwdriver? Also den... Den Griff vom Schraubendreher. Ihh... Ihh... Was war denn das jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso. So, der Griff vom Schraubendreher. Warte mal. Ich... Ich hocke mich hier nochmal hin und drehe das. So, dann mache ich Inventar auf. Und benutze das. So. Und jetzt machen wir das. No effect. Okay. Okay. No effect. No effect. We haben schon richtig viel geschafft. No effect. Die Tür. Vielleicht nochmal probieren? Bin ich das? Es ist so kalt, dass ich mein Bein nicht bewegen kann. Es ist so kalt. Hat da jetzt gerade von außen einer an der Türklinke gerüttelt? Oh, hier! Ist das das? Iron Bar is on front like a prison. Nee. Okay. Wie ein Gefängnis sieht es hier aus. Hm. Aber wo soll jetzt der Griff vom Schraubendreher liegen? Das habe ich... Das ist mir noch nicht so wirklich bewusst geworden. Zu der Kerze sagt er gar nichts? Okay. Vielleicht kommt hier der Griff raus. Aber 14 Noten, eine Melodie? Ich weiß ja nicht. Ah! Wartet mal. Das ist dieses... Oh doch, Moment. 1, 1, 5, 5, 6, 6. Was? Oh, Leute, das ist 1, 1, 5, 5, 6, 6, oder ist das ein... 6, 6, 5. Ich mach mal 1, 1, 5, 5, 6, 6, 5. Okay. Okay. Also... Okay. Was hab ich jetzt gesagt? 1, 1, 5, 5, 5, 6, 6. Äh... Äh... Was war's? 5, 5. Ja, das hat super geklappt. Das hat richtig gut geklappt. 5, 6, danach muss noch was kommen. Oder Ja, das verstehe ich jetzt hier nicht, das Rätsel. Aber ich glaube, das ist das ist genau das Rätsel, was wir lösen müssen, damit wir den Griff vom Schraubendreher kriegen. Ich wette es mit euch. Hier sind überall diese Schlösser dran. Das ist schon ein bisschen niedrig. Na? Der Strom ist aus. Das hier kriege ich auch nicht auf. Ah, wartet mal. Äh, oh, ich drücke immer auf den falschen Knopf, sorry. To pry it open with. Wir machen dem das mal. Ja, hat keinen Effekt, konnte ich mir denken. Okay. Nee. Wie? Ach so. Jetzt. Failure. Das. Und das. Ah, jetzt. Matthew, you are smart. Okay. Wir heißen Matthew. Schön. Ich bin smart. Das finde ich gut. Ähm. Inventar. Wir haben jetzt einen Schraubendreher. Yay. So. Schraub auf da. Er schraubt natürlich da, wo die Schraube nicht ist. Oh, nice. Ein Schlüssel. Geil. Da geh ich doch jetzt gleich hier erstmal. Komm. Raus. Raus. No effect. Wah? No effect. I hope it's not too rusty to open the lock. Ich hoffe, er ist nicht zu rostig. Wenn der jetzt ab... Oh. Oh. Verarsch mich doch nicht. Meine Fresse. Was ist das? Was? Mom, es tut mir leid, aber ich kann mir nicht selbst vergeben. Es tut mir so leid. Ich kann's nicht mehr ertragen. Warum hast du mir das angetan? Zur Hölle nochmal. Ein Foto, was ich hinter der Tür gefunden habe, zeigt eine... Eine Kaninchenpuppe, die brutal aufgerissen wurde. Foto of the Ravitor. Und diese beiden Messages da, diese beiden Nachrichten, waren auf der Rückseite. Ja, dann... Oh, Strom! Wir haben Strom! Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Okay. Der zeigt mir aber auch immer, netterweise... Äh, wo ich als nächstes hin muss. Ich mach hier mal die scheiß Schublade wieder zu. Hours. Piece of paper. Ah! Wartet mal! Kann ich das nicht... Das geht nicht. Muss ich das irgendwo... Vielleicht... Wartet mal. Oh, jetzt bin ich hier aber mal nah dran, ey. Wow. Ne, ich will mal versuchen, den Fernseher anzumachen. Wir haben doch jetzt Strom. Wir haben Strom. Okay, Fernseher fällt heute aus. Den geh ich jetzt nochmal an dieses Pattern hier ran. Ich würde immer noch sagen, 1, 1, 5, 5, 6, 6, 5. Und dann hört's auf. Hours. Kann ich hier irgendwas damit benutzen? Wir versuchen es einfach. Münze. Difficult to see. Minutes and hours. Minutes and hours. Minutes and hours. 18, 45. 18, 45. Wartet mal. Äh... Wartet. 18, 45. 14 Noten, eine Melodie. Also die 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso kann ich die letzte nicht nehmen? Die letzte geht nicht. Denn... 14 Noten, eine Melodie. Vorne 1, 1, 5, 5, 6, 6, 5. Von hinten 1, 2, 2, 3, 3. Ist es dann 1-1-5-5-6-6-5 3-3-2-2-1 Kann das sein? Ich kann mir das nicht merken jetzt. Äh 1-1-5-6-6 5 3-3-2-2-1 Also nochmal. 1-1-2-3-4-5 5-5 6-6 5 3-3 2-2-2 2, 2 1, 1 Da stimmt doch was nicht Ne, es war nur eine 1 Hm, ich check das nicht Ich check das wirklich nicht Kann ich hier sonst noch irgendwas tun Aufräumen vielleicht Ich hab jetzt Strom Ich muss noch irgendwas mit dem Strom machen können Und mit Poster ist full of graffiti Hier ist ein Kreuz Kann ich das vielleicht irgendwie runternehmen hier Nö Ich versuch mal irgendwas damit zu benutzen No effect No effect Aul No effect Okay Ja, das war's auch soweit jetzt Vielleicht Ne Ist doch gut Ich hab's ja schon Probiert Mit dem, äh Mit dem, äh Das geht nicht Komm, wein Das muss ich kombinieren Das kann ich aber auch hier nirgends wo hinpacken Das ist jetzt seltsam Warte mal Oder von hinten 1,1 1,1 5,5 Und dann von hinten gespielt Die Lösung ist bestimmt wieder so einfach dass ich wieder zu blöd bin. Ich werde es mit euch. 27 Minuten, noch was und sie hat noch gar nichts gerissen. 1, 1, 5, 5, 6, 6, 5 und dann von hinten 1, 2, 3, Versuch was machen. Also 1, 1 5, 5 6, 6 5 Äh, denn 1 2, 2 3, 3 Ne, es sind ja 14 Noten eine Melodie. Kein Effekt. Du hast keinen Effekt. Kann hier nichts machen. Weiter. Hm. Das ist jetzt komisch. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Ich habe ja auch die Münze noch. Die Frage ist, was können wir mit der Münze? Sieht er hier immer noch den Umbrella? Irgendwas muss doch mit der Münze möglich sein. Oh. Eine Kamera, eine Überwachungskamera. Oha. Oha. Ja, super. Schön. Also dann doch Strom lieber aus, oder? Hier ist ein Mannequin drauf. Oh, die sieht wirklich creepy aus. Kommen wir aber auch nicht ran. Aber das Kabel, irgendwas mit dem Kabel. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Unser Bett ist hier nix. Die Kerzen vielleicht. Die Kerzen auch. Will ich den Strom jetzt wieder ausstellen? Was passiert denn dann? Geht einfach nur die Lampe nicht mehr an, oder was? Ordinary Death Slampe. Wartet mal kurz. Ich will nochmal was probieren. Nö. Nö. Einfach nein. Also können wir hier den Strom ruhig wieder anmachen. Oder wartet. Ist die trotzdem an? Die ist trotzdem an. Der guckt uns trotzdem zu. Tja. Ja, jetzt ist die Lampe wieder an. Hat er uns gerade gezeigt, ja. Nun gut, ich würde sagen, wir belassen es für diese Folge. Damit, wir haben nicht wirklich viel gerissen. Aber man muss sich halt ein bisschen, ähm, erstmal hier durchfuchsen. Und ein bisschen rumgucken. Ich denke, das wird in den nächsten Folgen besser werden. Ich finde es auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Rätseln tue ich ja sowieso gerne, wenn ich so verstehe. Oh, da ist noch ein Lautsprecher. Das ist alles weird. Ja. Nun gut, ich würde sagen, äh, wir heben uns das nächste Rätsel für die nächste Folge auf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann wieder bei der nächsten Folge von Die Grünboren dabei. Bis dahin wünsche ich euch was.